Das Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2024 ist pink. Doch wie kommt diese außergewöhnliche Farbe bei den Deutschen an? Wir haben eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durchgeführt. Und das sind die Ergebnisse. Ich bin Sjephan Jurecic vom Lehrstuhl für Marketing und Business Development der Universität Hohenheim. Das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft sorgt in diesem Jahr für Aussehen. Und einem Drittel der Befragten gefällt das pinke Trikot überhaupt nicht. Genauso viele begeistert das Trikot jedoch. Das klassische weiße Heimtrikot hingegen erfreut sich großer Beliebtheit. Trotz aller Unstimmigkeiten ist die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass das Trikot der DFB-Elf weiterhin von Adidas hergestellt werden sollte. Im Vergleich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar sind mehr Deutsche bereit, sich Fanartikel zuzulegen. Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft will sich sogar jeder Fünfte kaufen. Was haltet ihr von den EM-Trikots? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.